Die Feuerwehr in Griechenland spricht von einem Teufelskreis. Der Wind in der Brandregion im Norden Athens hat am Mittwoch nachgelassen, so dass das Feuer weitgehend eingedämmt werden konnte. Dafür steckt die ganze Stadt jetzt unter einer gewaltigen Rauchglocke, die sich mangels Wind auch nicht verflüchtigt. Helfen würden nur frische Böen, die jedoch das Feuer neu entfachen könnten. Die vorläufige Ruhe an der Feuerfront ist momentan also nur eines – vorläufig. Mehr als 80 Häuser sind den Flammen bisher zum Opfer gefallen. Seit der Brand am Dienstag seinen Lauf nahm. Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis sprach bei einem Besuch in der Region am Mittwochmorgen von einem Albtraumbrand. Gleichzeitig herrscht große Erleichterung, weil der Brand nach jetzigem Stand keine Menschenleben gefordert hat. Die Bewohner der evakuierten Orte wurden vorerst auf Staatskosten in Hotels untergebracht. Mitsotakis versprach den Wiederaufbau der Häuser. Derweil leiden so gut wie alle Bewohner Athens nicht nur unter der Gluthitze, sondern auch unter einer enormen Feinstaubbelastung durch die Rauchschwaden. Zwischenzeitlich meldete die griechische Gesundheitsbehörde für das Stadtzentrum eine Belastung von bis zu 465 Mikrogramm Feinstaub je Kubikmeter. Zum Vergleich, EU-weit gilt als Grenzwert ein Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Wer auf dem Balkon tritt, merkt das sofort. Die Augen tränen, die Luft kratzt im Hals, das Atmen fällt schwer. Die Bewohner sind aufgerufen, die Häuser nicht zu verlassen und die Fenster geschlossen zu halten. Feuer gab es auch auf der Halbinsel Peloponnes und den Urlaubsinseln Rhodos und Kos. Insgesamt kämpfte die Feuerwehr landesweit gegen 40 Großbrände, wie der Zivilschutz am Vorabend mitgeteilt hat. Landesweit sind ersten Schätzungen zufolge hunderte Häuser verbrannt oder beschädigt worden.